Hallihalle meine lieben Freunde, ich bin euer Anubis und ich zeige euch heute mal eine Runde Snow. Der liebe Chappie hat mir das empfohlen und auch Grüße an den Chappie. Und herzlichen Dank für diese kleine Free2Play Empfehlung. Also ich finde, wenn das funktioniert, sieht es recht spektakulär aus. Ansonsten hat es natürlich wieder das tolle Feature, was so viele Simulationen in sich behalten. Und zwar, dass die Brüche und Verletzungen einfach wie die letzte Arschkeige aussehen. Ja, wir fahren weiter, komm. Oh, was spritzt denn da hinten so? Oh, das war Homeroid. Und wir fahren. Oh, da ist... Jump drüber! Ja. Da ist das, wovon ich gerade geredet habe. Das sah jetzt mal super realistisch aus. Komm, eine Runde versuchen wir noch. Hyper Space! Hyper Hyper! No! Da wollte ich glaube ich zu viel. Äh, okay. Komm, das kriegen wir besser hin. Ja, das sah doch schon anständig aus. Oh! What the fuck! Nochmal! Wir beenden das Level! Wir packen das! Mit Drehungen! Und da war der ganze Sprung weg! Ja! 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 Wir fahren bis nach unten! Istanbul! Wir fahren bis nach unten! Wir fahren noch irgendwie über das Haus. Ne, über das Haus nicht. Ach, leck mich! Ich will nicht aus dem Level raus! Wir fahren bis nach ganz unten hier! Ja! Ja! Free Towers! Und so! Komm, kann man springen? Wie weit das wohl jetzt runter geht? Oder scheint eine Chance zu sein. Können wir nochmal springen? Ja da! Ja cool! Und ja! Gut so! Wie weit das jetzt wohl noch runter geht? Haben wir durch die Bäume fahren? Das wäre doch mal nice! Und ich fliege auf die Fresse! Errungenschaft! Läuft! Ich will aber wissen, wie weit das bis nach unten geht. Komm nochmal! Schuss! WING! Ja! So erstmal wieder mal schwung holen, mein Freund! Hopp! Doppelt! Achtung! Bleib lieber da! Freunde sind wir da lang! Jetzt fahre ich hier! Wie schnell wir wohl schon drauf sind! Hm! Egal! Ich komme! Großmutter! Und! Jamp! 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 BOOM! Wow! Ob das so realistisch ist! Ob das so realistisch ist! Oh! Oh! Da sind sogar die Spuren von gerade eben noch! Geil! Jetzt machen wir das nochmal! Das schaffen wir! Ha! Was dies doch! Wir können das! Yeah! Rückwärts fahren! Läuft doch! Läuft doch! Sieht aber an sich von der Größe her ist das doch mal gar nicht schlecht für ein Free2Play! Und Jump! Drehung! Oh! Was ist denn das? Och! Ich dachte schon! Irgendwie die Welt auf! Oder? So weiterhin! Ha! Und wir fahren und fahren und fahren! Wir fahren sogar schnellstmöglich wieder bergauf! Mal gucken ob wir so dann auch den Berg hoch kommen! Das wäre lustig! Bewegt mal den Controller nicht! Sehr multirealistisch! Okay wir verlieren an Geschwindigkeit! Ja! Erkunden die Welt! Oh! 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 Der Mond haben wir auch! Komm! Erstmal gucken wir! Woah! ja wir den mond gucken kann die kamera auch mal ruhig bleiben blöd ja wir machen trick um unseren eigenen charakter mit 3 over 60 und 99 damage und froh ostern warte mal wenn ich da runterkomme ich kann ihn denn die unterholen blicken los geht's hier und springen und springen und springen das sieht aber alles ganz nett hier aus gesehen von sowas hier frei bewegliche kamera so und da ist der knopf um das event zu beenden ich würde mal sagen ich bedanke mich bei euch ich bin euer anubis und nochmal danke an den chappi bis zum nächsten mal